Hallo, heute ist es der 17. März, und in Freiburg ist es 13 Begräts. Wir haben also entschieden, die Saison des kleinen Dezs auf dem Balkon zu sein. Diese Video ist destiniert an alle unsere Lektoren und an alle Sprachen von Franz und Allemann, die jetzt mehr in der Zeit sind. Und auch an Anne-Lise von der chaîne Grandi-Renlang, und an drei kleinen Alsaciens, Arsène, Salomé und Léon. Ja, also dieser Film ist besonders gewidmet an unsere Leser, aber auch natürlich die Zuhörer und Zuschauer, und noch an ein paar spezielle Personen aus dem Elsass. Genau, und für das, Mirti, die es kennt, wollte es auf der Video, aber, als sie nicht sehr liebt, dass wir sie in den Brachen lange, dann wird sie bald wieder zurückgekommen. Ja, Mirti wollte unbedingt dabei sein bei den Videos, aber sie mag nicht wirklich, wenn man sie im Arm hält, vor allem längere Zeit. Und ja, deshalb müssen wir sie jetzt leider aus den Filmaufnahmen verabschieden, und damit sie ihren Lieblingsbeschäftigungen weiter nachgehen kann. Ja, und wir haben gedacht, dass es interessant wäre, zu schauen, ob wir so frühstücken wie die Familie Fröhlich im Comic, die Abenteuer von Cas, Cas wird zweisprachig. Und dann könnt ihr ein bisschen schauen, ja, ist es jetzt eher ein deutsches Frühstück, ein französisches Frühstück, ein deutsch-französisches, oder vielleicht auch ein europäisches Frühstück. Macht euch einfach euren Eindruck. Und dann kommt ihr das? Ja, genau. Ja, das ist es. Und wie sagt Romine, du coup, ihr könnt ihr denkt, ob ihr denkt, dass ihr denkt, dass unsere Dageil ist eher französisch, oder französisch oder französisch, oder vielleicht auch europäisch. Wir schauen jetzt, also. Also, wir beginnen. On commence par les boissons. Comme Valentin, dans le tome 1, j'essaye souvent d'arrêter le café. En ce moment, j'y arrive, et je bois du chai, du chai, du chai, du chai, avec du lait de soja, et du miel. Ok? Et ça donne ça. C'est super bon, c'est sucré, et épicé. Ja, und wie Valentin im Comic, versucht Aurelie auch oft, den Kaffee zu lassen, sein zu lassen, und im Moment gelingt ihr das ganz gut, und deshalb trinkt sie einen Chai-Tee, zusammen mit Sojamilch, und mit Honig, und ja, das sieht ganz gut aus, und schmeckt offenbar auch sehr gut. Et puis, Romine. Alors, Romine, elle m'a piqué ma tasse. Je pense que certains vous reconnaissent cette tasse. Alors, Romine, il boit notre boisson préférée, la boisson qu'on aime tellement, c'est juste pas possible. On boit, il adore le café, le café au lait, de la région. Genau, und ich trinke unser Lieblingsgetränk, Milchcafé, und mit, logischerweise, mit Milch, Biomilch aus der Region. Voilà. Donc, ça c'est les boissons. Ensuite, passons à la suite. On prend des fruits et des légumes, un petit peu de Vitamine. Alors, on a là du Pamplemousse, des kiwis, et des concours. Ja, und gerne haben wir ein bisschen früchte und Gemüse dabei. Und wie man sieht, sind dabei kiwis, gurken, und Pamplemousse, oder ja, Grapefruit. Ja, Grapefruit. Et on se fait chacun, un neuf à la coque. Und ja, für jeden, ein gekochtes Ei. Mhm. Et puis, voilà, on arrive à, tout ce qui est pain et céréales. Alors, ça c'est notre corbeille de pain. Genau, jetzt kommen wir zum Brot. Das hier ist unser Brotkorb. Alors, on mange tous les deux, souvent, un bretzel. Und ganz klassisch, essen wir beide immer gerne, un bretzel. Romine, il aime bien le bretzel avec du sel. Und ich mag gerne, so ne, Salzbrezel. Moi j'aime bien, les bretzel avec, à la farine du dinkel, je ne sais plus comment on dit en français, et avec des petites graines dessus. Genau, et Aurélie, est gerne, Dinkelbrezel, mit ein paar Körnern drauf. Das ist so ne, variante hier, die sehr, gesund auch is, und aber, trotzdem gut schmeckt. Ou parfois, un laugenknoten, parce que je trouve, on peut couper en deux, et mettre plus de laque dessus. Ja, und oft, un laugenknoten, weil man den leicht teilen kann, und auch einfach, un belag drauf schmieren. Et puis, chacun d'entre nous, mange un petit pain, avec un petit pain complet, aux céréales. Ja, und jeder von uns, meistens noch, un vollkornbrötchen dazu. Donc, un petit pain, un brezel, ça c'est top. Voilà, donc, ça c'est pour les petits pains. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Alors, c'est là que ça devient intéressant, attention, est-ce qu'on est français, on est allemand? Alors, comme la famille Froelich, on prend du fromage, alors du fromage, du fromage, pas du fromage, comme en France on va dire, c'est pas le super bon fromage, mais voilà. Et puis, du salami sportif, et aussi, des tranches de jambon d'Inde au curry. Ja, et comme la Froelich, nous avons aussi une petite pomme, pomme, pomme ou pomme, pomme, sur notre tableau. Et, comme on voit, il ne peut pas perdre, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile, peut-être pour les Français, c'est pas le plus le plus le plus, mais il nous a très bien. Et puis, du beurre, et aussi du butter. Du beurre, de la confiture et des marmélades, si, et, moi j'adore le Spice à cœur, c'est un peu, une différence entre les petits suisches et le fromage blanc. Et on peut mettre ça sur du pain, ou on peut mettre ça sur du pain, Ja, Speisequark ist sicherlich allen ein Begriff. Ja, und ich esse gerne Erdnussbutter. Das ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so gebräuchlich, aber gerade mit Marmelade zusammen sehr schmackhaft. Und es gibt auch Personen, die gerne Käse oder etwas anderes noch dazu essen. Und ich weiß nicht wirklich, wer hier spricht. Und dann haben wir letztendlich die Pâte d'Amandes... Ah, ich weiß nicht, Lola hat das auch gesagt. Ich weiß nicht, was wir nennen. Die Purée d'Amandes. Nein, das ist nicht das. Die Mousse d'Amandes, vielleicht. Wir finden es super gut. Und wir haben in der Video von Lola auch gehört, dass sie das auch mag. C'est schön. Ja, und weil wir gehört haben, dass Lola Mandelmousse sehr gerne mag, haben wir uns auch mal das zugelegt. Und ja, das können wir auch empfehlen. Passt ganz gut. Très, très bon. Et donc voilà, je pense qu'on a fini. C'est la table de petit-dèj. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Et si vous aussi vous prenez un petit-dèj, bon appétit et à bientôt. Ja, und damit wären wir schon am Ende von unserer Frühstücksvorstellung. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr selbst gerade frühstückt, dann wünschen wir euch natürlich einen guten Appetit. Alles Gute und bis bald. Mesdem einperformiert. Alles Gute.